Es ist jetzt circa zwei Wochen her, als ich euch im Internet angekündigt habe, dass ich mit euch gemeinsam ein Motorrad umbauen möchte. Alle Details dazu findet ihr ja in meinem ersten Video. Ja, seitdem war ich auf der Suche nach einem geeigneten Basisbike für das gemeinsame Umbauprojekt und ich bin jetzt vor ein paar Tagen fündig geworden. Ich konnte diese Kawasaki VN800 Typ A im Internet ausfindig machen. Ein super Motorrad in einem sehr gepflegten Zustand, Garagenfahrzeug, wurde von einer Frau gefahren, hat 28.000 Kilometer auf der Uhr und ist wirklich in einem Top-Zustand. Ich habe jetzt aus dem Ansaugtrakt noch hier diese Drossel ausgebaut. Das bedeutet, ich werde im Laufe der kommenden Woche nochmal zum TÜV vorfahren und das Motorrad nochmal komplett abnehmen lassen, damit wir erstmal wieder zwei Jahre Ruhe haben und vor allem werde ich die volle Leistung von 56 PS wieder eintragen lassen, nachdem ich diese Drossel hier jetzt demontiert habe. Das bedeutet, mit der Demontage des Motorrads, damit wir es anschließend wieder aufbauen können, müssen wir noch ein paar Tage warten. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal mein Projektboard. Das ist so meine Orientierung für das ganze Projekt, damit ich weiß, wo wir mit den ganzen Zahlen und Daten stehen. Vielleicht kann der ein oder andere von euch ja davon was Nützliches übernehmen, wenn er auch mal ein Projekt starten möchte. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch das mal. Vielleicht ist was dabei und wenn es nicht interessiert, der kann jetzt abschalten. Ich befinde mich jetzt hier vor meinem Projektboard und ich bin mir sicher, dass jetzt spätestens 99,99% von euch abschalten werden, weil das hat nichts mit Schrauben zu tun, das hat lediglich mit der Planung zu tun. Für die 0,01%, die das trotzdem interessiert, möchte ich es gerne kurz erwähnen, denn es sind vielleicht ein paar Komponenten dabei, wo der eine oder andere im Rahmen seines Bike-Projekts übernehmen kann. Also zum einen habe ich hier mal die grobe Kostenplanung für das ganze Projekt, also alle Komponenten, die wir austauschen werden oder die wir besorgen müssen und auch die TÜV-Eintragung und was sonst noch anfällt, habe ich hier mal aufgelistet. Hinten dran mal eine grobe Hausnummer geschrieben, was ich vermute, was das kostentechnisch bedeutet, also was für Kosten hier auf uns zukommen. Hier drüben habe ich dann ein Leerformular, wo ich die tatsächlichen Kosten eintragen werde, also beispielsweise, wenn ich hier für eine Vorderradfelge 200 Euro einkalkuliert habe, ich bekomme sie nachher bei Ebay für 220 Euro, werde ich das hier eintragen und somit haben wir nachher wirklich eine komplette Kostentransparenz, was uns das Projekt letztendlich gekostet hat. Dann habe ich hier noch ein Leerformular für die ganze Zeiterfassung, das bedeutet, jede Stunde, wo ich am Bike investieren werde, werde ich hier erfassen. Ist immer für mich ganz interessant, damit ich auch ein Gefühl dafür bekomme, wie viel Zeit, wie viel Lebenszeit habe ich an dieses Projekt verschwendet. Zum Beispiel bei meinem letzten Bike-Projekt, der Umbau meiner Haale, habe ich circa 430 Stunden investiert, also ist doch eine erhebliche Menge, wo man da an Zeit verschwendet oder investiert. Ja, ansonsten habe ich hier noch drauf die Partner, die ich für das Projekt gewinnen konnte, so habe ich zum Beispiel Jobbit gewinnen können, bin ich sehr froh, dass Jobbit mir dabei ist, weil Jobbit, ich glaube, das kennen die meisten, hat eine riesen Auswahl an Teilen, die man sehr gut beim Bike- und Bau gebrauchen kann. Ansonsten habe ich Kellermann noch gewinnen können. Kellermann, ich glaube, da brauche ich auch nichts dazu sagen. Die kleinen Blinker, die die aktuell herstellen, diese A2 Blinker mit der 3 in 1 Funktion, Rücklicht, Bremslicht und Blinker, ich glaube, das sind momentan die Blinker auf dem Markt und da konnten wir sehr wahrscheinlich nichts Besseres finden. Ich glaube, da hat auch keiner was dagegen, dass wir die verbauen werden. Wenn ihr noch Partner wissen solltet oder wenn ihr ein Partner sein könntet, meldet euch gerne bei mir. Also ich bin froh, wenn wir die Liste hier noch erweitern können und wenn wir noch mehr Leute, die gute Produkte haben, hier involvieren können, würde mich freuen, wenn sich noch welche melden würden. Ja, ansonsten habe ich hier das Basisbike einmal grafisch dargestellt, um den ganzen Umbau so ein bisschen strukturiert vorzugehen. Also das ist nachher unser Bobber, den wir irgendwo zusammenbauen werden. Das ist das Originalbike und jetzt im ersten Schritt zum Beispiel werde ich jetzt das Bike erstmal tieferlegen, damit das optisch ansprechender ist. Und dann werden wir die ganzen Teile, die wir austauschen wollen, entfernen und dann seid ihr gefragt, wenn es darum geht, wie wir das neue Bike gestalten werden. Und damit das Ganze eben so eine Linie drin hat, werdet ihr sehr wahrscheinlich erstmal die Frontpartie bestimmen. Wenn wir die dann umgebaut haben, werden wir im nächsten Schritt auf den Tank zu sprechen kommen. Dann könnt ihr hier einen Tank auswählen, der aber irgendwo mit der Frontpartie übereinstimmt. Und so können wir das Bike Stück für Stück aufbauen, damit das nachher auch eine richtig geile Linie bekommt und nicht nachher irgendwie ein wildes Durcheinander gibt. Ja, ansonsten habe ich für mich noch hier ein paar Termine hingeschrieben, wie zum Beispiel das Punta Wagner in Frankreich ist ein Treffen. Ich habe es hundertprozentig falsch ausgesprochen. Soll auch ein sehr geiles Treffen sein, da möchte ich vielleicht hinfahren. Dann das Chopper Mania am 22. August oder auch das Bobber Pilot Treffen am 4. Juli. Das sind einfach für mich so Termine, wo ich vorhabe hinzugehen. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch Lust mit dabei zu sein und wir können gemeinsam hochfahren. Vielleicht kann ich dann noch eine Umfrage machen auf Instagram, wer alles Bock hat damit hinzufahren. Oder solltet ihr noch gute Termine haben, gebt mir die durch und ich kann die Liste hier erweitern und noch ein bisschen Werbung für eure Termine machen. Ja, soweit zu meinem Bobber Board. Ich weiß nicht, ob jetzt überhaupt noch irgendjemand auf der anderen Seite vom Monitor hockt und sich das anhört. Für die Leute, die noch dran sein sollten und die es interessieren sollte, wenn ihr mehr Informationen haben möchtet, könnt ihr mich gerne anschreiben. Oder auch wenn ihr einzelne Formulare als Lehrformulare haben möchtet, schreibt mich an. Schicke ich euch gerne zu. Ich hoffe, das war das einzige an trockenem Materie, das ich euch hier auf Video präsentieren muss. Und ich hoffe, das nächste Mal habe ich wieder einen Schraubenschlüssel in der Hand und ich kann euch dann am Bike zeigen, wie der tatsächliche Umbau vonstatten geht. Ich hoffe, ihr bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Video.